Musik Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Auch heute habe ich mal wieder eine Rezension für euch und zwar zu Morgen lieb ich dich für immer von Jennifer Abendschaut. Ich war, wie bestimmt viele, viele andere auch sehr neugierig auf dieses Buch, weil es mal wieder ein Buch von Jennifer Abendschaut ist und ja, ich habe ja schon einige Bücher von ihr gelesen. Also Obsidian und Fortsetzungen bis auf die letzte, da muss ich mal gucken, wenn ich die lese. Und unter ihrem Namen J. Lynn hat sie ja Wait For You und so weiter geschrieben. Die stehen bei mir hier, da habe ich auch schon zwei von gelesen. Und bisher haben mir eigentlich alle Bücher wirklich gut gefallen, die ich so von ihr gelesen habe und deswegen musste ich auch dieses auf jeden Fall lesen. Hier geht es um Mallory und Ryder. Mallory und Ryder kennen sich seit ihrer frühesten Kindheit, weil sie ja dort ein sehr schweres und schönes Schicksal miteinander geteilt haben. Eines Tages wurden sie dann jedoch getrennt und haben sich vier Jahre lang nicht mehr gesehen und wussten nicht, was aus dem jeweils anderen geworden ist. Bis Mallory eines Tages auf eine neue Schule kommt. Und wer läuft ihr dort als erstes über den Weg? Natürlich Ryder. Doch Ryder hat sich verändert. Er ist jetzt ein junger Mann geworden mit Geheimnissen, mit einer Freundin. Doch trotzdem ist das Band zwischen den beiden sofort wieder da. Die Verbindung, die sie schon früher miteinander geteilt hatten, ist so stark wie nie zuvor. Und die beiden suchen trotz allem drumherum immer wieder die Nähe und den Kontakt zum anderen. Doch dann steuert Ryder's Leben auf eine Katastrophe zu und alles läuft irgendwie schief und Mallory muss ja einiges riskieren, um ihn zu retten. So viel zum Inhalt. Ich wusste ehrlich gesagt nicht so wirklich, was mich nach dem Klappentext so erwartet, außer eine Liebesgeschichte und so das übliche Drama, was man aus dem Genre kennt. Ich war echt gespannt, was sich die Autorin hier ausgedacht hat. Leider verlief der Einstieg in das Buch für mich nicht so gut. Also ich hatte echt so ein bisschen Angst, dass dieses Buch zum Flop werden könnte. Ich hatte wirklich Angst, weil ich dachte, es wäre mega schade, nach all den Büchern von ihr, die mir so gut gefallen haben, darf doch jetzt nicht eins dabei sein, was wirklich schrecklich ist. Es war aber wirklich nur der Anfang. Das war einfach so, dass Mallory, ja oder sagen wir es mal so, es war halt einfach so, Mallory geht zu dieser neuen Schule und in den ersten Kapitel war es wirklich so, dass wir im Prinzip nur den Tagesablauf lesen und wie halt Mallory mit dieser neuen Situation umgeht und sich in der Schule einlebt und so, es war halt nicht sonderlich spannend. Zwar taucht Ryder direkt auf, das war auch so das, was mich weiterlesen lassen hat sofort, weil es natürlich interessant war zu sehen, wie diese erste Begegnung zwischen den beiden verläuft, nachdem sie sich vier Jahre nicht gesehen haben und sich total verändert haben und ich fand es halt von Anfang an interessant zu beobachten, ja, wie sie wieder Kontakt zueinander aufnehmen und wie sich die Beziehung, die sie seit frühester Kindheit zueinander hatten, jetzt weiterentwickelt und verändert. Das fand ich halt spannend und das war auch das, was mich hatte hoffen lassen, dass der Rest des Buches besser wird. Was ich sehr gut fand, war, dass die Vorgeschichte, die sich die Autorin hier für die beiden Charaktere ausgedacht hat, ja, recht originell war. Also es gibt halt Themen in diesem Genre, die begegnen einem immer und immer wieder und nur auf, ja, mit ein paar kleinen Änderungen und irgendwann ist es halt echt so ein bisschen langweilig und kann einen nicht mehr überraschen. Hier war es jedoch eine Geschichte, ja, die mich gefesselt hat, die mich auch so ein bisschen schockiert hat und die halt wirklich originell war. Sprich, so in der Form habe ich es noch nicht gelesen und das fand ich sehr, sehr gut und auch im Weiteren der Geschichte gibt es halt Ereignisse, die mir so noch nicht begegnet sind in dem Genre und wo ich halt echt dankbar dafür war, dass sich General Fire L. Armthor da halt so was ausgedacht hat, was mich auch so ein bisschen überraschen konnte. Noch dazu ist es ganz so gut inszeniert, also die Vergangenheit der beiden erfährt man überwiegend durch, ja, ich sag mal, Flashbacks, die Mallory hat, durch Träume von Mallory, aber auch so ein bisschen durch Erzählungen. Manchmal sind es halt auch nur so Andeutungen, dass man sich den Rest selbst zusammenreimen muss. Nichtsdestotrotz hat man aber am Ende eigentlich die komplette Geschichte oder zumindest alles, was wichtig ist, erfahren und ich fand das so echt gut gemacht. Ohne es einem halt so wirklich direkt vor die Nase zu knallen. Mallory war ein Charakter, den ich sehr schnell ins Herz geschlossen habe. Ich mochte sie von Anfang an recht gerne. Mein Problem mit ihr war nur, dass sie halt durch ihre Vergangenheit bestimmte Verhaltensweisen entwickelt hat, die halt sehr, ja auch sehr deutlich sind und immer wieder in der Geschichte Beachtung finden. Mein Problem war halt einfach nur, dass meiner Meinung nach zu viel darauf rumgeritten wurde. Also immer und immer wieder wurde erwähnt, dass sie dies nicht kann oder dass sie dies tut und jene Macke hat und irgendwann wusste ich es halt einfach und dann brauche ich nicht immer wieder davon zu lesen. Ich weiß, dass sie einen Charakter mit Problemen hat, aber man muss diese Probleme jetzt nicht immer und immer wieder auflisten. Mich hat das irgendwann echt so ein bisschen ermüdet und gestört. Noch dazu kommt zum Beispiel, dass sie jemand ist, der sehr schüchtern ist, sage ich mal und dementsprechend oder auch aus anderen Gründen redet sie halt sehr wenig und wenn sie redet, dann hat sie in den Sätzen lange Pausen und dass ich das weiß, ist ja gut. Was mich aber gestört hat, ist, dass es wirklich in der wörtlichen Rede so umgesetzt ist, dass in jedem Satz, den sie sagt, zwischendurch eine Pause in Form von drei Punkten ist und das hat bei mir immer total den Lesefluss gestört und ich dachte mir nur so, ja, ich weiß es, ich weiß es auch, wenn ich es nicht direkt sehe anhand der Punkte und ich kann es mir auch so vorstellen und also bei mir ist es echt den Lesefluss gestört und das fand ich total nervig und das waren halt auch ein paar andere Dinge, die halt immer und immer wieder erwähnt werden und das fand ich echt so ein bisschen zu viel. Es hat sich einfach zu viel wiederholt. Trotzdem war es dann aber umso schöner zu beobachten, wie Malorie sich im Laufe der Geschichte verändert und wie sie stärker wird und in dem Zuge aber auch natürlich, wie sich die Beziehung zu Ryder verändert und was die beiden letztendlich miteinander machen und was daraus entsteht, das fand ich wirklich sehr, sehr schön zu beobachten. Ja, die zweite Hälfte des Buchs konnte mich dann Gott sei Dank total packen. Also in der ersten Hälfte lief es echt so ein bisschen schleppend. Es war jetzt nicht so, dass es irgendwie langweilig gewesen wäre, aber es hat mich halt nicht so vollkommen mitgerissen. Das kam echt erst in der zweiten Hälfte, da hat es mich von der Handlung zum einen mitgerissen, weil es spannend war, zum anderen hat es mich da aber emotional auch endlich richtig gepackt, dass ich mit den Charakteren wirklich gelitten habe. Ich habe an einigen Stellen gelacht, an anderen hatte ich richtig Tränen in den Augen und ich weiß noch, es gab eine Stelle, da hatte ich echt Angst weiterzulesen und ich mache das selten, aber ich musste einfach vorblättern, damit ich weiß, wie es weitergeht, weil ich Angst hatte, dass mich das total fertig macht beim Lesen. Bei manchen Büchern, die mich so richtig mitreißen, da ist das so, da kann ich nicht abwarten. Da muss ich wissen, ob sich das Ganze zum Guten wendet, damit ich weiterlesen kann, weil ich Angst habe, dass es mich total zerstört, weil es total schlecht endet und das war halt so ein Buch, wo ich so ein paar Seiten vorgeblättert habe und so ein bisschen überflogen habe, nur um zu wissen, ob das Ganze ein gutes oder ein schlechtes Ende nimmt. Und das ist halt etwas, was mir dann an dem Buch sehr, sehr gut gefallen hat und was in der zweiten Hälfte für mich auch einiges rausgerissen hat nochmal, dass es mich wirklich so mitreißen konnte. Letztendlich habe ich dem Buch auch vier Sterne gegeben, weil eigentlich war es das größte Problem ja nur, dass eben mit Meloies Macken, dass die so ausgeschlachtet wurden und dass der Einstieg halt so ein bisschen sehr ruhig für mich war und mich so spannungsmäßig nicht ganz so mitreißen konnte. Aber die zweite Hälfte hat so vieles wieder wettgemacht und war dann doch richtig, richtig gut und ich habe so mit den Charakteren mitgefiebert und mitgelitten am Ende und es hat mich dann doch noch so berührt, dass ich da einfach auch nicht weniger als vier Sterne geben kann, weil so im Gesamten, wenn man es als Gesamtpaket betrachtet, war es dann wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Und ich hoffe ja ehrlich gesagt, dass es ein Spin-Off gibt, weil es gibt zwei Charaktere in diesem Buch, ja, deren Geschichte ich einfach auch gerne lesen würde, wo ich mir vorstellen kann, dass man da eine Geschichte draus machen könnte und da würde ich mich total freuen, wenn es da ein Spin-Off gäbe, weil ich finde, das bietet sich auch einfach so an nach dem, was jetzt im ersten Teil zwischen den beiden schon so sich abgespielt hat. Also da bin ich gespannt, ob Jennifer Armstrong da was draus macht. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, vier Sterne. Mir hat das Buch letztendlich Gott sei Dank gefallen. Ich hatte zwischendurch echt ein bisschen Angst. Aber, weg mit dem Zettel, aber Gott sei Dank hat es sich dann zum Guten gewendet. Wenn ihr das Buch auch schon gelesen habt, teilt mir gerne eure Meinung mit. Ging es euch genauso wie mir oder hat euch das Buch vielleicht wirklich von der ersten Seite an total mitgerissen? Oder war es sogar ganz anders und auch die zweite Hälfte konnte euch nicht überzeugen? Teilt mir gerne eure Meinung mit. Ansonsten verlinke ich euch das Buch wie immer in der Infobox. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ganz viel Spaß beim Lesen und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüss! tic Untertitelung des ZDF, 2020